Es haben sich aber zehn Bundesländer daran beteiligt. Also es wurden Menschen von zehn Bundesländern benannt, die freiwillig zurückkehren wollten. Und über die ganz konkreten Gebiete kann ich Ihnen nichts sagen. Das übernimmt die afghanische Seite. Zusatz? Das soll ja ein Signal sein. In der aktuellen Flüchtlingskrise heißt es, an wen richtet sich das, Frau Wirz, dieser Flug? Dieser Flug richtet sich zunächst einmal an niemanden. Faktisch führt der Flug dazu, dass Menschen von A nach B, also von Frankfurt nach Kabul, geführt werden. Ich kann in diesem Zusammenhang noch einmal darstellen, dass für die Bundesregierung selbstverständlich entscheidend ist, dass Menschen, die in einer humanitären Notsituation sind, die Grund haben, die einen Asylgrund haben in Deutschland, dass diese Menschen in Deutschland auch aufgenommen und adäquat begleitet werden. Nichtsdestotrotz ist es so, dass diejenigen Menschen, die eben keinen Asylgrund haben, die eben nicht, die in ihrer Heimat nicht individuell verfolgt werden oder aus irgendwelchen anderen Gesichtspunkten hier einen Asylgrund vorweisen können, dass diese Menschen auch konsequent zurück in ihre Heimat zurückgeführt werden. Am besten ist es natürlich, wenn sie freiwillig in ihre Heimat zurückkehren, damit auch durchaus natürlich Deutschland, deutschen Ebenen, staatlichen Ebenen, der Bund, die Länder und die Kommunen auch die Kapazitäten haben, um den Menschen Schutz zu gewähren, die tatsächlich dieses Schutzes bedürfen. Und das ist natürlich schon in dieser Migrationspolitik der Bundesregierung verankert, dass man auch diese beiden Seiten sehen muss. Und insofern ist das nicht als Zeichen zu sehen, sondern es ist einfach ein Indiz dafür, dass die eine Seite der Medaille funktioniert, dass nämlich Menschen hier ankommen und entsprechend begleitet werden. Daher auch der Bericht des BAMF beispielsweise, auch von Herrn Weise heute im Kabinett. Aber dass man natürlich auch die andere Seite sehen muss und auch für die andere Seite die deutschen Behörden, die deutschen Ministerien engagiert sind, da voranzukommen. Ich habe noch mal eine Zusatzfrage, bitte. Herr Platte, Sie sagten, die kamen aus zehn Bundesländern. Können Sie die Bundesländer uns mal nennen? Und es gab, kann man es so verstehen, dass es so eine Art Casting gab? Und man hat die Afghanen hier gefragt, hey, wer hat Lust, freiwillig zurückzukehren? Weil so verstehe ich das jetzt. Nein, sowas nicht. Also die Bundesländer kann ich Ihnen nicht konkret benennen. Die Liste liegt mir nicht vor. Ich weiß nur, dass es zehn waren. Richtig ist aber, darüber wurde ja auch hier in der Regierungspressekonferenz gesprochen, dass der Bundesinnenminister den IMK-Vorsitzenden sowie die Innenminister der jeweiligen Länder aufgefordert hat, Personen zu benennen, die ausreisepflichtig sind und die freiwillig zu einer Ausreise bereit wären. Daraufhin haben die Länder entsprechende Personen an das BMI benannt. Und das ist natürlich kein Casting, sondern das läuft ab, so wie sich das im Rechtsstaat gehört. Man checkt sozusagen die Liste durch. Erstens, sind das überhaupt afghanische Staatsangehörige? Zweitens, sind die überhaupt ausreisepflichtig? Drittens, ist das, was uns sozusagen an Motivation genannt ist, tatsächlich eine Motivation der Freiwilligkeit, um nur die drei entscheidenden oder besonders entscheidenden Punkte zu nennen. Und so ist es hier gelaufen.